hallo zusammen es geht weiter mit horizon zero dawn remastered viel spaß beim zusehen ja ich bin jetzt ein bisschen etwas hergerissen was ich machen soll also ich habe jetzt die mission hier zum tagturm zu gehen aber der ist ja doch ziemlich weit weg das dingen ich könnte hier die verdorbene zone aufräumen dann könnte ich hier noch die jagdgebiete mitnehmen und diesen ort hätten erkunden ich denke man es ist besser ich würde natürlich auch gerne hier wo ist die was hier die rache der lora ist hier ich hatte eigentlich die brutstätte gesucht da könnte ich mich auch erst mal die brutstätte kümmern dann bin ich gerade gesagt so ein bisschen hin und hergerissen was ich da machen soll aber vielleicht ist es auch wenn ich kurz davor bin vielleicht sinnvoller erst mal die verdor also muss ich den tag tun also rausnehmen ach ja herrlich quest wenn ich nicht durcheinander kommen mit meinem ganzen quest und dann kann ich den tag nochmal für räume verdorbenen zonen die kai haben das tor am tag und wegen der verdorbenen maschinen im tal geschlossen gehe in zwei verdorbenen zonen unterlege dort alle verdorbenen maschinen um kai davon zu überzeugen dass das tor wieder geöffnet werden kann ja das klickt doch mal vernünftig und nach dem plan ist ja auch quasi gleich ums eck und danach kann ich mir noch den tagturm schnappen komischer name tagturm na gut tagturm ja tatsächlich steht da hier geht es verdorben und das ging ja schnell das verdorbene dann sollte ich jetzt vielleicht auch mal die anderen klamotten anziehen fällt mir dazu ein dann soll ich vielleicht mal dieses zeug an mann nehmen diese maschinen die verdärbt ist und gibt sie wie eine rauchwolke zeigt sie auszulöschen ja das ist ein bisschen stärker die verdorben wo ja die wirklich stärker er ist tot er hat nichts mehr zum heilen ich hätte bis gewisse mit dem müssen die feuer macht ja auch nicht was hier los ich doch nicht stark genug dafür also hinterl abschließen da muss ich mal stehen wenn ich noch mal scouten ich habe gerade den topo abgeschossen das war es schon auch wieder schnell scheint das metall förmlich aufzufressen dass die maschinen in den wahnsinn ich weiß nicht ob die kleide und ich ausgerüstere gut war ich hoffe ich da kommen tierchen sind ja auch gut brauche ich auch ganz dringend man kann nie wissen wann man das mal braucht ich muss ja meine beutelchen vergrößern mal transport beutelchen ich weiß nicht ob da auch so ein mini mini vieh hier sinnvoll ist das große maschine sind brüllrücken glaube ich also von weitem sehe oder es bis zum brüllrücken das ist drei stufen stärker als ich das das muss nicht sein unbedingt finde ich ich habe nichts dagegen gegen herausforderung aber ich muss auch nicht übertreiben sehr nahhaft so was ist hier teufels leid diese wieder nicht verdorben die maschine drüben das ist ein popo schieße hier die andere maschinen ausschlachten und plünderer weil ich habe ja noch diese mission offen also theoretisch müsste ich ja auch so schaffen dieses tutorial aber entferne maschinen mit der sprenger fallen schläuter kriegsbogen dann machen wir das doch mal die müssen doch die energiezeile sein oder nicht bin ich doof ach jetzt kommt hier wieder der elch ist klar müssen schütter aber super die energiezeile nicht richtig getroffen muss ich mal gucken trinken 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 muss die energiezeile und da moment wo ist die energiezeile hallo ich dachte dass das ding da oben dachte ich ich dachte das ist die energiezeile das ding da habe ich es falsch gemacht vielleicht hätte ich ihm erst im abtrennen pfeil die panzerplatten entsorgen sollen vielleicht wird das besser gelaufen man kann nie zu gut vorbereitet sein ja abtrennen pfeil habe ich natürlich keine wie doof ja mit den hörnern die sind mit ihren gewahren die sind stark ja abtrennen pfeil habe ich doch alle weil jetzt unter der maschine auch chillen ja abtrennen pfeil sehr hilfreich erledigt ja gut dann ist doch ein schockfall ja auf energiezeiten ist mir ehrlich gesagt ein weiterer tag ist vorbei jawohl es wird dunkel die machen weg die markierung ja gut dann war erstmal die haupt quest weiter neben christmas erst mal hier erst mal jetzt muss ich nicht völlig andere richtung laufen na gut verfasst die andere richtung also theoretisch müsste ich diese tutorials auch automatisch machen aber ich habe es ja gestern probiert da wurden ja nicht automatisch ausgeführt deshalb hatte ich sie gerade ausgewählt haben meine kleinen kack erbs wieder da wo breit kopf breitkopf alte breitkopf war doch auch noch irgendwas zu erledigen und immer kurz drucken aber dann auch in den quest mit breitkopf vorher brüllröcken trampler pirscher langbeine entfest entfernte maschinen teile bezug mit zersprenger feilen auch hier das müsste ich vielleicht auch noch mal aus der sprenger feilen habe ich keine mehr ja langbein plünderern langbeintramplern verwüstern na gut wo uns mal diese viecher hier an ich habe mich so gut versteckt ihr papphörnchen falschen pfeil was wie gibt's denn ach heute ist aber Party am Start heute lässt du mich nicht in Ruhe hallo doch mal hier du pappnase na gut in der nacht scouten die natürlich noch besser die maschinen sind noch aufmerksamer und der nächste hallo ja ich helfe die würde ich alles machen aber ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt und ich weiß nicht warum ich hier beschäftigt bin jetzt bin ich ganz klar ob ich zu viel ob ich zu Party mache auf mich die Viecher oh oh jetzt habe ich jetzt habe ich ein Problem hier bleib mich doch hau ab hau hau oh oh die trammel ich tot ich muss hier die muss hoch ich muss hier ganz dringend hoch jetzt ich muss Highground haben das perfekte leckt mich oh was ist hier los Party am Start hau geht noch auf mich was geht hier ab das banditen oder banditen oder banditen das doppelt geworfen hier das gebiet banditen und maschinen das nicht gut ich habe ich habe ich habe ich habe was haben wir jetzt noch oh man jetzt kommt irgendwann kommen die papphörnchen zum berg hier hoch also dass die wie heißt das dass die wächter hier so hoch was verstehe ich aber die hier auch Wahnsinn ich konnte gar nicht mal richtig scouten schwäche schwäche erledigt kommt mein freund breitkopf so brandkehl gut aber wer ruft er zum hilfe ich bin grad ein bisschen verwirrt das metall wo man da ruft nicht um hilfe man bereit kommt wer ruft hier um hilfe alles breitköpfe waren sie so viel auch noch die muss jetzt da auch noch ausschalten wer hat es war die stelle man die stelle man die stelle wieder muss ich warten bis die papphörnchen sich beruhigt haben wir sind gegner aber wer sagt er voll idiot wenn die nächsten wenn wir nicht kämpfen da und er ist tot auf dem mut der ist stark jetzt werde mich der starke kerl muss ich ein bisschen land gewinnen glaube ich ich wollte es eigentlich ganz gepflegt mich erst mal um ja um die mission kümmern aber kann ich nicht die spule aber gut abriss spul also muss ich ganz dringend ja wie ich schon mal gesagt habe auch meinen spulen beutel vergrößern also das gebiet habe dort hätte jetzt natürlich ein bisschen loten können metallblumen kann ich mir auch immer noch holen und immer zu sehen dass man die medizinbeut wieder vollkriege und dann muss ich wahrscheinlich gleich noch ein paar tränke braun ich weiß nicht wie stark das gebiet da gleich ist kann ich in dem wasser wird so einmal feuerchen an machen wird jetzt gucke ich mal ob ich was aufrüsten kann halt schatzkisten die kann ich nicht schade herstellen da kann ich nichts verbessern die sind schon maximalen position fähigkeiten aber zwei mehr was mache ich da die balance unauffällig vielleicht so schlecht schwere waffen kritische treffer er da macht ja oft nahkampf sammler was mache ich denn man mache ich dann kritische stelle auch immer schaden ich glaube kritische treffer weil die maschine gestreckt ist ja ich weiß es aber nicht was erstmal die stelle fähigkeit kann hier runter habt also ich muss ich muss den weg lang laufen das heißt ich muss jetzt die astgabe die astgabe schon die weggabe wieder zurück und hier rum dann muss ich dann nämlich richtig oder da muss ich dann nicht runter springen vielleicht hätte ich mir doch ein reizt so plünderer da ist die energiezelle energiezelle schwäche abtrennt strom ja habe ich wohl nicht richtig getroffen am ersten mal als presser habe ich strombomben habe ich ich brauche ich da mal ein paar strombomben hier ins gebüsch der latscht hier durch die kleinen schnuckelchen ausgemischt ich dachte ihn hat die meine granate erledigt haben wir doch nicht oh ja dass die energiezelle treffen habe ich gerade nicht getroffen schade ja ihr laser futze ich weiß diese ganze beurte vor euch durch was leider er hat mich gerade ein bisschen dass ich so aufgepasst habe das hat man seine energiezelle am popo mit dem popo gezeigt er hätte jetzt schon schön 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 mit dem pfeil drauf schießen können das blaue leuchtende tal war das ich wollte eine bombe legen und nicht das trinken da kann mich glauben der knaller kaputt jetzt habe ich auch kaputt bevor du tot bist man dann haut sie denn ich mach sie jetzt in gebüsch hier was macht es dann also ich glaube das liegt am remaster wie oft stirbt eloi weil sie irgendwie im gebüsch fest klemmt oder so kammer für so komisch ist man wird schon wie gesagt so oft wie ich jetzt hier sterbe bin ich noch an keinem horizon gestorben das ist also prinzipan löst was hier so passiert ach ja gott aber vielleicht bin ja für die noch zu schwach aber ich glaube es nicht die müsste ich ja nicht erledigen klar hier ist eine ganze ganze erde vor dem mistviechern und die alarmieren sich gegenseitig aber wenn ich schon merke dass eloi sich im kampf nicht ordentlich wegrollen kann sich nicht ordentlich weg wollen kann das sagt mir doch schon alles ich kann kein abtrennen fallen machen wird so allein das bewegung ist schon hintern soll also jetzt leckte ich doch du hast du deine energiezelle jetzt auf und er hat dann nicht aufgeladen schade ich hätte mich ich würde mich gerne mit dem elektrofeiler hintern schießen die ist klar er kann ins wasser und kämpfe die ich nicht egal muss man schnell bisschen gemüse finden und dann ist sie weg hier würde ich sagen es war auch nur ein experiment was ich hier gemacht habe also ich würde sagen ich hole mir jetzt die verbotene zone da hinten verdorbene zone dann reicht mir das glaube ich auch für heute eventuell eventuell hat hier wie nah ich an diesem tag turn bin sage ich dem auch noch guten tag wächter die sind stufe 5 das ist eine riesen maschine oben das bist du ich hoffe dass das nur ein häuschen ist und keine große maschine ach falschen pfeil das wird dir nicht gefallen jetzt die sind stufe 5 und ich mache so wenig schaden was ist das denn verstehe ich nicht so ganz ganz ehrlich die sind die sind die sind die sind die sind die 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 hier in der hütte ist das da vorne das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen das sieht aus wie eine kaputte brücke in der hütte vorne dran ist das sind die breitköpfe aber ich habe auch nicht so lust so bin ich ganz ehrlich da oben ist das verseuchte gebieten ich sehe es schon jetzt kann ich nur hoffen das verlorene dort an die maria gesprochen dass die breiten lagerfeuer dass die breitköpfe hinter mir hier ist ein fluss ich glaube das interessierte nicht wirklich gleich kämpfe erst mal die gegend bis ein bisschen scouten verdorbener verplünder plünderer schwäche also das übliche schwäche stärke das sind kann nickel da oben verdorbener wächter stimmen oder sind ziemlich viele von den vier da kommen sie verdorbene wächter kann hier wieder aufs haus vielleicht drauf feuer fallen habe ich genug die kann ich gleich setzen wenn die hier müssen rumgelatscht sind die viecher und mich nicht so sehen dann werde ich dann mal gleich weil ich die alle nicht gut dass ich das gefunden habe wenn ich die alle am hintern kleben habe ich habe ich glaube ich ein massives problem ich weiß nicht ob er da hochkommt glaube ich nicht dass ich hier klicken dass ich hier klettert nach klettert nach klettern aus hier da kommt läuft ja nicht er hat mich schon gesehen erbsen kommt mich schon gesehen er hat sein kumpels bescheid gesagt er kommt er hat schon wieder sein bescheid gesagt ich wollte sagen zwei auf einmal direkt ins maul vor noch habe ich keine chance kommen sie verdorbene wächter leckt mich doch wo ich muss ich anderweg finden die platz also ich muss irgendwie irgendwie land gewinnen hier muss ich die heilung kriegen aber ich weiß nicht wo ich ja die kommen die folge wo ließ nein ich bin vom besetzen kommt kommt da habe ich mal eine bombe geflogen mann wenn man nicht wenn man nicht mal die chance hat nach dem spornen ganz ehrlich wenn ich mal die schockseid nach dem spornen kurz eine sekunde pause zu machen also das gab es für ein spiel nicht mit mir sicher ja sicher ihr können lecken jetzt ganz ehrlich hier misspiss viecher normalerweise ich wollte keine falle bauen normalerweise hat er an ihrem feuer ist sie in sicherheit ganz ich kann das nur mit den bomben machen ich bin schon wieder tot mann bombe habe ich noch eine das war jetzt hat er mutti wenn man eine bombe reimer freund ja kann ich heilen ist das ich glaube da ist meine bombe gelaufen oder die berge ziehen lässt der gleiche aber hin kommt ganz viele willis hier das war es muss ich sagen eine merkwürdige mission ganz ehrlich ich habe so den eindruck dass hier das belling singt wenn ich passt ach die ist gut modifikation sperrschaden 30 von 30 man genervt modifikation muss eine fallen lassen muss ich eine publik erfahren lassen kommen die will ich haben die ist besser jetzt haben wir erstmal den klump hier ein aber ich muss ich sagen so ein zweites mal glück gehabt das erste mal war das ja mobbing kreis muss ich sagen viel später gut ich habe das spiel auch auf dynamische schwierigkeit gestellt vielleicht sollte ich das in normal komplett durchspielen aber so macht es mir spaß finde ich wenn die schwierigkeit angepasst wird 8 da oben ist so wieder ein banditenlager sagen wir doch erstmal den alten kater da oben guten tag wenn die mich mögen ziemlich faszinierend wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden banditenlager entdeckt mal gucken ob ich da wieder meinen kumpel treffe also kumpel nie ein neil meine ich natürlich dass banditenlager oben kann nickel dass die banditen da oben auf dem berg wo es raucht ja ja das sind die banditen ansammelt ich noch ein bisschen heilkraut oder denke ich von der zeit her werde ich werde ich noch schau da oben ist noch ein panorama das kann das kann doch noch mitnehmen das kann nicht so weit weg sagen wollte gerade sagen das ist ja hier wahrscheinlich auf dem berg oder auf so einen kleinen fels vorsprung ich glaube nicht dass das da oben drauf drauf ist das wird hier ein klang vorsprung sein hier irgendwo panorama wissen hier vielleicht da oben ja kann ich hier klettern wahrscheinlich oder jeder doch wahrscheinlich 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 ist der weg nicht ganz trivial auch so hier das ist ja hier in horizon zero dawn ganz gut dass die ich habe ein panorama gefunden wie die klettergriffe nicht was das früher einmal war die klettergriffe immer so weiß gelb ich markiert sind abokaschitzung pur tag acht verdammte scheiße dieser pfick der heber der deinen arm und ein schlüsselbein zerquetscht hat bevor du wir kennengelernt hast das war in einer mine hinter diesen wasser fällen was soll ich sagen die hier wenn er die kletter punkte hier mit diesem gelben staub oder was ist angezeigt und in weg und in so weit muss ich lage aus ja ganz schön und in schwarzer rauch rote lumpen mehr banditen wie die in teufelsdurst vom forbidden west sieht man die kletterspalten muss man also nicht gut da muss man wirklich super perfekt hingucken um sie zu sehen wo wir hier nächste dorf entdeckt wo ist es nach da oben dass die rache der tochter ja gut vielleicht schaffe ich das ja alles gleichzeitig noch jetzt gehe ich erstmal hier hoch zum lagerfeuer dafür kann in forbidden west kletterspalten scouten oder scannen die wänder für eine gewisse zeit nicht dauerhaft also ich jetzt hier so den berg scanner werden die für eine gewisse gewisse zeit in gelb ganz und ganz dünn gelbe strich markiert und dann sieht man ob man klettern kann das nehme ich lieber mit also die synchron stimme von alloy ist die ist die bekannte die wir kennen übrigens die hat jetzt in jedem horizon alloy gesprochen die deutsche stimme und auch die sprüche hier das nehme ich lieber mit oder das hebe ich für später auf oder hier ist aber kalt oder schneit das sind ja so die typischen alloy sprüche ist das vor wahrscheinlich kampfgeräusche kampfgeräusche wurde der skater vor angegriffen oh oh ne ich werde angegriffen oder was Verderber Rudi ein Verderber ne ich muss man denken hatte diese langen rüssel diesen langen stachel was so was auch ist was war das jetzt ich komme nicht ordentlich raus was ist das hier ganz ehrlich schott ist das aber wurde heute gepätscht aber das verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht sogar zu beleidigen das tut das gab es so schlecht konnte so schlecht konnte sich älter noch nie bewegen mann ganz ehrlich das nervt die spieler spieler gerne aber aktuell ist das sehr und das sehr unfluft ich muss ich sagen zu spielen den nerven die nervensäge werden weg also noch mehr nerven sägen das blöde ist natürlich dass die karte auch keinen bock haben mir zu helfen aber das ist ja bei ehle oft so dass sie hat gehofft ihr noch drauf schießen auf die kackmaschine ja es genau ein stein anrüsselt und meine kleine kack erbse wie auch da ja die besten ich liebe euch das wisst ihr doch und du stammst du jetzt noch kaputt ja du assi kopf jetzt leck mich doch mann jetzt munition verballert hier bringt euch mistköpfen was gut ich aber euch erstmal ab und ich hoffe die karte freuen sich dass ich ihnen helfe absolut schade muss man gucken was der verderber da tolles hat was sich einsetzen kann schon mal gucken ja schock mal das ist ein poplige spule die brauche jetzt nicht das brauche ich später noch also ich könnte mir vorstellen dass das spiel ist die grundprinzip ist ja gleich geblieben zu zero dawn dass dieses wenn er hier so im berg stecken bleibt oder sich ich sag mal so unfluffig bewegt dass das vielleicht irgendwas mit dem mit den neuen grafiken zu tun hat die sind hier mehr oder weniger über die map und über das darunter wird ja so die sonne hatte wohl kaum was damit zu tun so lässt du mich reimer freund kann ich mir zu diesem ominösen tagturm gehen aber das ding damit mädchen komm her müssen und der nacht so öffnet ihr jetzt das tor für mich dann mal los öffnet das tor und informiert hauptmann ballern wo willst du hin mädchen nach west nach meridian mit das tor die zerbrochenen felsen ist mühsam selbst zu den besten zeiten sprich am besten mit hauptmann ballern er kam aus meridian vor kurzem erst erst in der festung auf einem balkon zu linken in richtung des tals ok danke wir sollten eigentlich dir danken für das erledigen dieser maschinen im licht nora ja die sind wir jetzt hier gottssagen wohlgesonnen wer hier das kommando hat weiß vielleicht ob narko hier war würde man den tagtraum ist auch noch tagturm nicht tagtraum wache der einer tochter finde hauptmann des außenpostens sehr gut fertigkeit punkt und du sprachst von schwierigkeiten in den mann ländern war ich so laut meine ohren leiden wohl langsam durch all die langbeinkämpfe aber es ist wahr ich war gerade im schnitt auf der suche nach besseren teilen und mehr scherben und du hast dort nichts gekriegt nicht wenn die banu ständig über neue maschinen und sprechende geister jammern da kauft keiner was eine handelsroute ohne handel ist nur eine rute handelsroute bleiben die banu nicht unter sich wir außer rahmen und die banu sind immerhin nachbarn ein paar gebirgspässe ändern das nicht ich habe ein paar bekannte dort draußen die sich immer noch durch das eis graben aber es läuft nicht gerade gut der ganze aber glauben und die maschinen machen es nicht besser es gibt neue maschinen und geister ehrlich gesagt weiß ich es nicht bei der menge an banu beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten das liegt mir nicht so wenn du in mein alter kommst dann räumst du auch lieber im sonnenreich hinter jägern auf ist wärmer dort was genau ist der schnitt als die kardia im krieg den rand des banu landes verwüsteten hinterließen sie den schnitt also ein schlachtfeld des krieges sowie das teil vor dem heiligen land ein gebirgspass weit im nordosten führt dich dorthin fremde können da hinein sehr zäh so wie du erwarte bloß keine begrüßung vor allem nicht jetzt neue maschinen und geister klingt spannend die antwort habe ich erwartet aber ich habe dich gewarnt es gibt einen fahrt durch die nordöstlichen berge er liegt hinter dem grab fort leicht zu finden auf der anderen seite ist sowas wie eine stadt vielleicht entscheidest du dich dauert noch um vielleicht vielleicht nicht danke für die information sonst werde ich was jetzt werde ich was anderes anziehen außer moment meint karte ist sondern mehr verseuchtes gebiet dahinter und muss man türmchen muss hier ist eine blöde turmberg ist ja richtig ist das der turm weil er so weit weg der blöde turm er muss wohl wird das ist nicht danach aus als wäre danach noch verderbnis dann würde ich doch mal ein outfit anziehen was wieder stärker ist dieses hier dann mache ich ja deutlich mehr schaden wobei das natürlich hier ganz gut gegen verderbnis ist 55 16 55 das macht nur 15 das war auch 15 54 15 10 also ein bisschen besser 20 schleichen ich ziehe es mir das hier an 4 stück habe ich sehr gut ich dachte zwar hätte das vorher ausgewählt aber vielleicht doch nicht dann nehmen wir das auch noch mit hier inventar outfit gewebe kann ich wieder nicht mitnehmen schade schade so habe ich werde hier sicherlich in dem da habe ich eine linse tragen kann was er denn hier kann ich mal leider noch nicht verweiten verbessern wollte ich sagen die waffenruhe scheint zu halten jetzt guck mal kann ich euch was klauen so wir haben hier die störung der maschinen geschätzt herr und damen des sonnenhofes verehrte kane und märzäne eure besorgen ist über die anhaltende störung der maschinen wurde zur kenntnis genommen es sind zwar schon viele jahreszeiten seit der ersten sichtung dieser erschrecken veränderung das land gern doch der sonnenkönig ist sich bewusst dass es sich nicht mehr um nur vereinzelte berichte von grenzpatrouillen oder expedition der lege jägerlosch handelt man muss sich nur den verlassenen besitz ansehen die anwesen die euch gehörten denen sich das juwel zurückerwartet oder die leeren grundstücke des gewöhnlichen kaya folges volks ihr sollt wissen dass der sonnenkönig sämtliche maßnahmen ergriffen hat um das heilige medridien und die meistlande durch neue patrouillen zu schützen was ein anflehen der sonne angeht glauben wir dass die ursache der störung nicht allein dem missfallen der sonne zuzuschreiben ist da die jahrelangen opferung unter sonnenkönig girard keine erkennbare wirkung auf die maschinen gezeigt haben seine erleuchtetheit und die sonnenpriester sind sich einig dass unser land nicht durch blut gestillt werden kann selbst wenn dies eine prüfung sein sollte die die sonne uns auferlegt hat zu eurer information werde ich hier darlegen was uns über die störung bekannt ist die kleineren maschinen die herden kreaturen die galoppierer und die krabbeler die normalerweise vom menschen geflohen sind greifen jetzt häufiger an die größeren kreaturen die sonst nur eine bedrohung für trunkenwolle und narrmann stürzen sich jetzt in mörderischer absicht auf arglose ganz zu schweigen vom erscheinen des sägezahns und seiner metallbrüder der verwüster der pirscher und der schreckliche riese der donnerkiefer sie übertrafen sich gegenseitig als mörder der menschen mit einem immer größeren arsenal an seltsamer waffen die wildnis ist wegen der feindseligkeit dieser neuen maschinen nicht mehr sicher allerdings haben sie noch keine siedlung innerhalb des sonnenreiches angegriffen fremde haben zahlreiche fantastische erklärungen für dieses verhalten geliefert einige glauben die maschinen wollen sich an den menschen rächen die sie gejagt haben doch ein solches verhalten wurde noch nie bei bestien aus fleisch und blut beobachtet die nachweislich eher über ein denk- und erinnerungsvermögen verfügen sowohl kardia jäger als auch osram basla haben versucht das phänomen durch die untersuchung gefallener maschinen zu ergründen doch sie scheinen sich nicht von den maschinen zu unterscheiden die vor der störung geplündert wurden und enthalten die gleichen drehte geflechte linsen herzen und so weiter wenn man diese teile dem licht der sonne aussetzt oder wie die osram mit feuer und funken bearbeitet reagieren sie wie gehabt die banu geben jedoch an eine veränderung in den maschinen maschinen liedern und maschinen der maschinengeister festgestellt zu haben sie sollen immer misstönender werden der sonnenkönig hat gesandte nach banu geschickt um mehr zu erfahren in der hoffnung dass ihre mystik tatsächlich eine wahrheit enthüllt wenn das rationale licht der sonne drauf scheint natürlich begrüßt sonnenkönig dankbar eure beiträge und erkenntnisse über die störung er bittet nur darum diese in schriftlicher form und nicht bei einer könig und audienz zu überbringen seine erleuchtetheit erhofft weiterhin euch in diesen unseren zeit von der teilnahme an maschinenjagden abhalten zu können die stärke eines vereinten sonnenhofes ist die stärke der respektvoller taschali hof gesandter ich glaube das ist den ich schon kennengelernt habe das wollte das fand ich auch viel viel spannender ja ich wieder nicht mitnehmen ach kackwurst der derbnis spule 12 prozent neun prozent schutz 7 9 prozent dann das wird sie immer auch jetzt zerlegen ist ja krass habe ich das zufällig gelernt gut mag sein dass ich das jetzt dass ich das jetzt darf müsste man nicht so lange rumstehen das ist zeit der will die willi seid ihr zuständig nein das ist hauptmann balan ich bin sein stellvertreter perfekt seid moment ihr seid seid ah du hast von mir gehört ich kann dich beruhigen in deinem stamm kursieren ja wohl wilde gerüchte über mich aber die nora verwechseln mich mit jemandem ich weiß nicht wo der fehler liegt aber der nebel des krieges stiftet oft verwirrung leider wollen einige diesen fehler nicht einsehen so war es auch bei der letzten nora die hier vorbeikam die letzte nora die hier vorbeikam ihr meint narko heißt sie so naja es war eine unglückliche situation sie griff mich am helllichten tag an hätte einer meiner männer sie nicht bemerkt wäre es übel für mich ausgegangen aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen was habt ihr mit ihr gemacht gehen lassen natürlich sie dachte offensichtlich ich sei für unsägliche dinge verantwortlich in gewissem sinne war ihre tat also gerechtfertigt ich erklärte ihr ihren irrtum und schickte sie dann weiter interessant leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt wo ist narko jetzt das weiß ich nicht genau als sie ging tobte sie sie würde mich irgendwie zu fall bringen allerdings hat die garnison vom einsamen fest berichtet eine junge frau sei von banditen entführt worden vielleicht war sie es ihr bestreitet eure beteiligung an den roten raubzügen nein das habe ich nicht gesagt ich war an diesen operationen beteiligt allerdings nur ganz am rande aber all diese unsinn über folter und mord das war ich nicht die verwechseln mich mit einem anderen hauptmann einige kameraden haben zweifellos schlimmes getan doch sonnenkönig erwart bemüht sich solche brutalität zu beenden sie waren ausgesprochen hilfsbereit präfekt saeed keine ursache der sonnenkönig möchte sich mit deinem volk versöhnen und ich bin sein demütiger diener ich werde dem am einsamen fels auf den grund gehen verlasst euch drauf ja tu das und falls es unseren männern an hilfsbereitschaft mangelt bitte lass es mich wissen so dann gibt es da unten noch irgendwo neben mission da als kind ich kann ihm nicht trauen nicht nach jans erzählung aber diese garnison ist meine einzige spur du bist du vom knirsch hier ballern hauptmann ballern ich möchte etwas fragen erstens nach einer nora frau die hier vielleicht durchgekommen ist und zweitens nach dem weg nach meridian was erwartet mich auf dem weg tja hier war auf jeden fall eine nora das vergesse ich nicht es gab einen vorfall und was dich auf dem weg erwartet nichts gutes immer mehr maschinen und unsere späer berichten von verderbnis so viel zur eindämmung bleib auf den straßen die sind sicher doch am tor hast du gezeigt dass du keine angst hast eine gute eigenschaft ich könnte sie brauchen wenn du noch mal in den osten gehst das ist dreist von mir dich um einen weiteren gefallen zu bitten doch ich biete die antworten dafür wenn du was über das sonnenreich wissen willst was bietet eingefangen was soll ich tun hauptmann ich schicke trupps nach osten als wir von verdorbenen maschinen hörten sie bestätigten meine befürchtungen ich verschloss die tue aber anscheinend sind noch ein paar meiner männern da draußen aus dem was wir zwar noch gut berichte ihr maschinen griffen bei einem verlassenen noradorf an zur lackierbefall den rückzug und ich verlor die anderen hast du noch nie eine nora gesehen soldat zeug etwas respekt berichte ihr nicht mehr lackier sagt man muss immer meldung machen und das wollte ich es war schrecklich für mich sie zurückzulassen jetzt wo die tore wieder offen sind kann sie jemand suchen gehen kannst du keine soldaten zur suche ausschicken was ist mit valid hier die meisten nora wollen keine kajar soldaten sehen es gilt als risiko truppen zu eurem heiligen land zu schicken ich würde das gerne vermeiden aber du kannst ohne probleme dahin bitte sagt ja was war das soldat gar nichts kannst du mir noch irgendetwas über den weg nach meridian sagen sonnenkönig erwartet sehr viel dafür getan um ihn sicherer zu machen aber die sonne weiß er ist im frieden schwieriger zu kontrollieren als in kriegszeiten die maschinen werden immer gefährlicher dann noch dazu banditen und diese neue verderbnis wir können gerade eben die außenposten schützen und ansonsten gilt tja reisen auf eigene gefahr das kennen was ist das hier genau der tagturm markiert die ost ganze des kajar gebiets eine handels- und durchgangsstation die einen sehr schlechten ruf bei einem volk hat in der zeit des letzten sonnenkönigs wurden viele nora entführt hier für den transport nach meridian versammelt und geopfert doch das ist lang vorbei ich soll für sonnenkönig erwart sicherstellen dass hier alle kajar den nora mit respekt begegnen und wie stehen die dinge jetzt zwischen euch und den nora sonnenkönig erwart will frieden die stammmütte auch hörte ich doch alte wunden heilen schlecht beide stämme sind stolz ich sorge dafür dass es zu keinen weiteren provokationen kommt besonders jetzt nach tja während dein volk sich vom schrecklichen angriff erholt meine ich es hat sich verändert die stadt lebt nichts ist mehr so wie unter sonnenkönig jiran erwart der neue könig hat dafür getan was er konnte sklaverei wurde abgeschafft es gibt ein neues bündnis mit den osseram und der sonnenring wo so viele fremde starben ist jetzt ein denkmal für die opfer die kajar sind mit den osseram verbündet kaum zu glauben aber wahr sonnenkönig jiran brachte viel leid über sie erwart konnte sie auf seine seite ziehen er hatte hilfe ja klar er und ehrenthalten ihm osseram geschwister legendär sie befreiten meridian ich war dabei sicherte mit meinen männern am nordfels den tempel der sonne vertrieb jirans falten und priester jetzt sieht man osseram häufig in der stadt und hört sie auch sie streiten wirklich viel du scheinst den neuen sonnenkönig zu begrüßen er ist der auserwählte der sonne und was das sonnenreich nach zehn jahren krieg braucht ein ruhiges licht kein loderndes bei könig jiran floss bei jeder kränkung blut bei könig erwart nur im notfall gut für die die ihn kränken manche halten ihn daher für schwach nein frieden ist starke wie die sonne zeigt sondern dann noch ist ein außerrahmen namens ohne hier gewesen zweimal als teil der königlichen delegation zu den nora sie kamen auf dem hin und rückweg hierdurch sie berichteten von einem schweren angriff auf dein volk mein beileid natürlich weißt du wollen jetzt sein könnte nicht genau aber er war auf dem weg nach meridian da bin ich sicher alle gehen nach meridian so noch zeit kann was fragen ihr habt ein offizier mit dem namen seid sind euch die anschuldigungen gegen ihn bekannt ich weiß was dein volk über ihn sagt aber er schwört dass es eine verwechslung ist wenn ein schatten in ihm ist habe ich es nie bemerkt und die geduld die er mit dieser narko hatte war beeindruckend ich werde versuchen deine männer zu finden ich wäre dankbar aber nicht so dankbar wie valid hörst du trottel du bist vom haken in fremden land was ich was ich sonst noch machen kann da ist was zu mobsen oder da kann ich irgendwas klauen oder was durchleden erst klauen das ausleihen meine ich natürlich ja ich quatsch gleich mit dem freund deshalb muss ich diese kiste hier können was hast du am start hier eine frau bist du nicht dass irgendwelche perfekten outfits für mich das ist auf jeden fall gegen verderben ist gut glöden ralinen sämt ich metall schärmlich auch genug überlebende mittel glaubt das ist noch besser als das was ich habe oder beschützerin feuer das hat gar keine effekte aber ich kann es ausrüsten das wäre perfekt hier obwohl es mir zu viel eigentlich an geld muss ich sagen erstmal im verhältnis zu dem was ich besitze wo war das immer noch immer noch eins zum das hier viermal die zehn ich glaube das kaufe ich erstmal ausrüsten so ist gleich münzen kann ich eh nicht zum zum aufrüsten für gebrauchen so ist das im angebot gerade kann man nicht genug haben um waffen zu machen zünder steht muss ich auch da denke bei jedem händler kann man ja immer eine gratis kiste bekommen das habe ich mir erst mal ein inventar an so das habe ich vorher gehabt oder ist besser 55 16 5 27 das habe ich gekauft das hat aber durchweg 10 ja gut muss ich mir noch überlegen rohstoffe habe ich ja gerade schatzkisten die munition waffenspule modifikation ja gott hast du auch waffen für mich habe ich gar nicht geguckt und kriegsbogen ein eisbogen wäre nicht schlecht aber den werde ich wahrscheinlich hier nicht kriegen ja der ist natürlich auch geil kann die habe ich ja schon ein eisbogen das wäre cool der ist natürlich top hier der macht natürlich alles was man sich so wünschen nach der macht präzision abtrennung und ich glaube das ist zerstörung ich glaube ich dass man mehr teile glaube ich glaube ich bekommt da unten mit dem pfeil ja aber ich habe kein sägezahn herz gott bringen also nichts dann guck ich nochmal rum was hier noch am start ist das ist noch ein kistchen was ich mir gönnen kann wo jetzt hier lang ein cooler ausblick das schweine kann ich auslösungsweise nicht töten gut da bin ich hergekommen jetzt gucken wir kurz die mission an die ich habe also ich wüsste statt der sonne machen rache der nora rache der tochter stufe 15 auf ein eisige wildnis das ist schnitt heißt du bin ich stark genug da müsste das verlorene dorf untersuchen das können wir uns mal angucken wo das ist also muss ich quasi wieder zurück wo ich schon gekämpft habe das sollte ich vielleicht machen das war das dorf wo ich die film wo ich die verdorbene zone beseitigt habe vielleicht ist das sinnvoll da wieder zurück zu gehen feuerwehr auch ja und es will ich scheinbar so tutorials muss man explizit auswählt dass man sie erfüllt gott werde ich das mal später machen auch in die wildnis ja rache der tochter das ist hier noch im nebel sozusagen was ist das hier das mir ja erst mir reden ja ja ich würde sagen das würde ich auf dem weg nach meridian machen die rache einer tochter vielleicht schnappe ich mir auch erstmal hier den den langen hals wenn ich hier mehr im gebiet freischalter oder vielleicht erst mal den dann sehe ich ja hier ein bisschen mehr und dann den hier man sich also ungefähr die wege die ich gehen muss aber sonst sehe ich nichts aber ich wollte mir auch noch die brutstätte schnappen dass ich maschine überbrücken kann weil die kann ich ja dann auch zum kämpfen benutzen das ist noch verdorben und hier ist noch gar nichts freigeschaltet sehe ich gerade ja moment da ist so ein grünes haus das müsste dann theoretisch ja sowas wie so ein safehaus für mich sein die verräter haben uns jahrelang ausbluten lassen und jetzt sollen wir die waffen niederlegen und uns freuen es machen immer die am meisten ärger bei denen man es am wenigsten erwartet komme ich dann zum kleinen häuschen gar nicht hin tagturm tor ach so grün ja ja durchgekommen da vorne ich nasen bär hier sind ja zwei lager gott ich würde sagen ich mache eine pause sagt danke fürs zusehen tschüss bis zur nächsten folge macht's gut